Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. In dem letzten Part haben wir und Tellerweiter aus dem Block und das hält uns aus dem Block. Und ja, unsere Hot Storytelling ist aus dem Block. Früher brauchen wir ja nicht. Ähm, gut, ein bisschen schon. Und für die weitere Bestärkung werde ich wahrscheinlich vertreten. Okay, das ist halt erst so ein bisschen, um den Kilometer zu bauen und ja. Dann wollen wir mal gucken, wie es noch ein bisschen eignet ist. Um im Keller die Leckerheit zu machen. Ich habe gerade gerne eignet. Weil ich jetzt auch mit den dunklen Dämmen bin. Ich weiß nicht, dass wir das irgendwie zu farb vertreten. Nimm mal. Wir gucken einfach mal, wie das auf geht. Und dann werden wir auch noch weiter drücken. So, wir werden jetzt einfach das richtige Blätter spielen. So, wir werden dann auch weiter drücken. Jetzt können wir nochmal drücken. So, wir werden dann auch ganz viel auf einer Kilometer kommen gehen. Und jetzt werden wir dann einfach weiter drücken. Und jetzt werden wir uns weiter wegwangen müssen. weil wir haben ja jetzt nicht so viele Sachen gehört, die wir holen und planieren. Dann werden wir auch ein paar die wichtigsten Sachen mitnehmen und vielleicht, wenn wir das kleine Unterhäuser zurücklassen, erstmal. Die ganzen wichtigen Sachen mitnehmen, Rohstoffe, Verzauberungszüge und so. Vielleicht lösen wir den Verzauberungsstoff da und sie dann haben wir noch genügend. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, wie wir das machen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Hä? Wie ich das mache. So. Ok, jetzt hier ein Moment, wir können den anderen. Das sieht nicht aus, in dem letzten Projekt vielleicht auch noch ein vernünftiges aus Nicht so in der unterirdischen Bude Oh, da hat er das Leben auch Das hält sorg So, jetzt haben wir das hier fertig Wenn wir einen Punkt machen, dann machen wir das Ja Dann wird der Teil jetzt noch ein Dracks gebraucht Wir gucken mal Die werden noch ein Dracks gebrauchen Die werden noch ein Dracks gebrauchen Oder das ist... Nein, ich werde definitiv den Verzweifeln mit meinem Dracks gebrauchen Ich habe einen Dracks gebraucht, der Diamanten Ich sehe dann vertraut mich, dass das gebraucht wird Wenn wir einen Diamanten gebrauchen Und hier Und hier Ich denke, dass ich fand ein Dracks gebraucht Wenn du hier schlafen Und hier Was vielleicht Oh! 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 Oh, oh! Oh, my fucking fuck! Ich habe jetzt über einen neuen Planner auf den Planner. Ich habe jetzt noch einen Planner auf den Planner. und und ich bin in der Fall von der Fall da wird jetzt die ganze andere stück hier ... dem wird noch ein bisschen bisschen abgeschnitten Da ist nur ein Schach und sogar noch zwei Schafe. Gut, wir sind jetzt quasi im Blitz. Oh Leute, wach! Das ist richtig. Und dann einfach mal so runter die Kuppe. Und da muss ich mal eine Schere machen können. Woah. Ja hier! Oh, das steht ganz einfach. Oh, das geht ja. Das ist ein ... Oh, das steht schon. Das steht schon. Ein Gericht, ein Gericht! Das ist ein Gericht! Dann ist er ... Oh, das steht noch. Oh, genau. Wir bekommen eine neue Art und die Kürzlöschung. Die Kürzlöschung ist für den Klimawandel und der Kürzlöschung. Und die Kürzlöschung ist für den Kürzlöschung. Und die Kürzlöschung ist für den Kürzlöschung. Okay. Das war's für heute, was wir noch nicht mehr sehen, was wir noch nicht mehr sehen. Untertitelung des ZDF, 2020